So, die Chance jetzt. Harder hätte das Tor auch fallen können. Er muss sich lang machen, aber dann hat er diesen Ball. Er könnte die Führung erzielen. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Früh stören, da könnte der Ausgleich werden. Erneut das Tor. Drin ist der Ball und damit ist hier wieder alles offen. Jonas Hoffmann. Schönes Zuspiel hier. Guter Steinpass. Tor und damit sind sie hier wieder vorne. Wirts. Ah, sie haben den Schwung dieses Treffers ausgenutzt. Doppelschlag, zwei Tore sind sie vorne. Sie bringen den hohen Ball. Oh mein Haar, der Doppelpark, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig, ist ein echter Rückhalt. Ganz alleine. Parade von Radetzky, Gefahr noch nicht bereinigt. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Jetzt der Schuss. Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung zwei Tore. Schöcker. Drin ist der Ball. Führung beträgt jetzt schon drei Tore. Sie legen noch einen drauf. So, das nächste Tor. Es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar. Vier Tore. Die. 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 Untertitelung des ZDF, 2020